Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und heute ist schon wieder Sonntag, das bedeutet, ich spiele deine Klasse, aber heute spiele nicht nur ich deine Klasse, sondern auch der Gustav. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen bei ihm. Und heute hat der Lennox XD uns eine Klasse vorgestellt, die werde ich natürlich jetzt hier einblenden. Und zwar spielen wir heute die Vespa mit dem Varex 3-Visier, Schnellziehen, Schaft, Schnelles Magazin und Langer Lauf. Und dabei ist dann auch der Nachbrenner und der Strahldämpfer oder Plünderer, wir haben uns natürlich für den Plünderer entschieden, ganz klar. Und die Sense spielen wir auch und die Scorestreak sind die Drohne, der Wächter und der Geist und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall eine Runde Herrschaft suchen und dann sehen wir uns gleich in der Runde. Und auf jeden Fall nicht vergessen, eure Klassen wieder in die Kommentare zu schreiben, alle 10 Punkte auszufüllen und ja, ist gleich. Breach wäre auf jeden Fall geil. Breach ist auf jeden Fall passabel, auch für die Waffe, ne? Geht schon klar. Und die Runde fängt glaube ich jetzt gerade erst an, weil jetzt joinen gerade noch welche rein, kann gut sein. Mal schauen. Ja, es geht noch, es geht noch. Ja, okay, let's go. Lennox HD, äh ne XD. Lennox HD, der lacht doch dabei. Ja, komm, wir bleiben hier drin jetzt auf jeden Fall. Wo ist der hin? Hä, hier war doch gerade einer. Ja. Oh, hinter uns, hinter uns. Wo ist der? Erstmal rauszoomen. Ich gucke in den Eingang. Nein! Da kam noch einer. Er boxt mich mit den Boxhandschuhen. Ja, lass es. Lass mal erstmal A nehmen. Ja, erstmal locker bleiben. Du hast es bekommen, ne? Ja. Ich nicht. Egal. Locker bleiben. Ah, die habe ich gewonnen. Ist das hier? Ja, wir spielen hier zusammen. Ja, wir versuchen ja die Streaks zu erreichen hier. Genau, wir komplementieren uns. Wir gehen jetzt auf B. Ganz klar. Gehst du die Mitte rein? Das würde ich von da aus niemals machen. Hast du direkt verloren, irgendwie habe ich das Gefühl. Ey, das gibt... Sorry, aber das ist einfach dieses Time... Nein, achso, er lag da. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, er hätte Time-Lack mit dem um die Ecke gekommen, aber er lag einfach hinter der Ecke. Holy shit. Danke, danke, danke. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier einfach nur weg. Ich will den Aladdin rein. Einfach hier weg. Zack. Drohne. Wie habe ich das denn überlebt, Mann? Lass uns mal versuchen, auf C zu gehen. Ja, habe ich dabei. Wir haben jetzt ziemlich Haar verloren. Der ist in der Ecke, da? Hier, bei mir. In der Ecke. What the fuck? Ich dachte, er sei drin. Habe ich auch gedacht. Okay, hier steht der Wächter von denen. Ich stelle mir einen Wächter hier neben, Alter. Jetzt habe ich keine Kugeln mehr. Ich boxe ihn kaputt einfach. Ich habe ihn kaputt geboxt. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich will die Weevil mitnehmen hier. Ich habe keine Muni mehr. Ach doch, jetzt habe ich wieder Muni. Ich bin noch B alleine drauf. Ich bin 15 Punkte vor Geist, Digga. Oh Gott. Wo ist der denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier liegt auch noch mal Muni. Nice. Okay, gut. 15 Punkte. Komm, dann schaffe ich. Könnte mir jemand bei B helfen? Bitte? Ich muss jetzt erst den Geist machen, dann komme ich auf B. Okay. Ich camp jetzt einfach hier. Ich warte, bis die hierhin kommen. Nein! Wo sind die? Ey, ist das unfair. Fick dich, Alter. Oh mein Gott, da kommt Samtix. Ich muss hier weg. Ich will nicht böse sein, aber es nimmt Überhand. Ey, sorry, aber ich... Ich habe den Geist, ich habe den Geist, ich habe den Geist. Ich habe den Geist. Oh mein Gott, wie habe ich das gemacht? Ich werde nur zerbombt, Alter. Ich stehe 6 zu 2. Okay, wir sind echt... Was ist denn jetzt hier los? Irgendein Sound passiert hier gerade bei mir am PC. Irgendein Sound? Das hat gerade so gemacht. Tududum. Tudududum. Was hier heute abgeht, ne? So, komm auf B. Oh nein, ich bin da. Ja, ich komme. Oh mein Gott. Ich komme über Wallrun. Er wollte seine Stachel in den B einsetzen. Irgendein Hero. Ey, ich kaste gleich aus. Er benutzt die KRM. Oh Mann, den hätte ich doch auch so haben müssen eigentlich. Ich glaube, ich werde dir absolut nicht mehr glücklich, ne? Ich habe die Sense jetzt. Ey, wir drehen das aber noch. Ja klar, das ist ja nicht das Problem, aber ich erreiche einfach nichts. Okay, wo sind die? Ich habe gerade keinen Überblick. Okay, den. Oh mein Gott, wie ich da gestruggelt habe. Von wo wurde ich getroffen? Von da oben? Ja. Ja, der ist auch noch. Der lebt auch noch. Der lebt noch, der lebt noch. Oh, da ist noch einer. Ey, ich komme nicht darauf klar. Die sind einfach zu viele für mich. Was? Wie viele Kugeln hat der denn geschluckt? Oh, egal. Aber trotzdem, 14 zu 5 geht schon klar. Oh Gott, der Reiniger. Ich habe... Nee. Ja, bei dir... Der Reiniger, der Reiniger, ne? Er war so weit weg und kriegt mich. Das ist so unverdient, ne? Ja, das ist krass. Aber wir drehen das. Come on, Alter. Wo sind die Gegner? Wo drüben im Haus? Ja, hab einen. Ich werde vom Blitz sowas von gest... Sag mal ein Gesturm. Ey, 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 Digga! Mach mal! Ey, da bist du einmal gut, ne? Da kommt natürlich der Scheißreiniger. Ja, klar. Klassiker. Klar, ich lass zum Kotzen. Lass mich doch einmal Spaß haben. Okay, da ist ein Sniper. Ah, okay, haben wir den. Hier außen ist noch einer gewesen, glaube ich. Aber der hat Geist. Bin mir nicht sicher. Okay. Digga, wie unverdient, Mann. Ich hasse... Das ist richtig belastend. Du weißt echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also die Klasse ist echt krass, Lennox. Also was du dir dabei gedacht hast, dieses Variks-Visier ist halt einfach nicht schön. Ne, ah, okay. Ich bin auf B, kommt natürlich einer mit Stacheln reingesprungen. Ich komme auch auf B. Ja, viel Spaß. Ich bin ja nicht mehr drauf, wie gesagt. Oh, ich bin alleine hier. Ne, noch ein Teammate ist da. Echt so? Hoffentlich ist der. Lass mich warten. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich muss hier einfach nur weg. Du bist der eigentlich Gute in der ganzen Lobby, ne? Als... Sonst ist keiner gut gerade. Ich bin halt gerade auch heftig am Schwitzen irgendwie. Boah. Ich darf nicht hin. Ich glaube, du gehst gar nicht so viel auf B wie ich, ne? Und das ist das Problem für mich. Ich habe schon vier Captures, doch. Ja, ja, aber ich versuche halt immer auf B zu gehen. Du gehst da hin, wenn alles schon gut ist. Ich komme jetzt einfach mit rein, Alter. Ich gehe... In Ordnung. Ich darf nicht mehr auf B gehen, weil... Keine Ahnung. Ich gehe da rein, dann kommt eine Granate geflogen. Kannst du halt nicht so machen. Geh rein, kommt einer mit Stacheln. Ja, kannst du auch nicht so machen. Naja. Aber ich bin 75 Punkte vor dem Wächter. Dann stelle ich den da gleich hin. Ah, nice. Und komm, lass einfach auf B direkt gehen. Okay. Lass uns das versuchen. Ich habe einen geilen Streak. Da kommt natürlich der Flammenwerfer. Ja, der Flammenwerfer hat mich gerade aber auch absolut geholt. Richtig unverdient auch. Ekelhaft. Okay, ich gucke jetzt hier nach da links. Oh mein Gott, okay. Das war ich. Da kommt mehrere... Ah, nein, Granate! Oh mein Gott. Sorry, ich habe noch nie jemanden so eine perfekte Reaktion werfen sehen. Was? Von wo kam der... Ach, von der Seite oder was? Ey, ich hasse das, dass die Leute einen blockieren. Bei IW kann man durch die Leute durchlaufen mittlerweile. Ja, das sollte ja auch so sein, Alter. So sollte es auch sein. Ich bin so gestunt. Ich bin so gestunt. So, Wächter dahin. Hä? Oh mein Gott, er hat gelegen einfach nur. Ja. Ich habe alles schon erreicht. Ich habe meine Streaks erreicht. Das reicht mir schon. Ich bin schon zufrieden. Ja, ich merke das schon. Ich bin leider genau wie eine Runde davor absolut hilflos und... Game Freak, Mann. Ich weiß nicht warum, aber die haben hier durchgehend Konterdrohne, oder? Hinter dir? Ja, das habe ich auch das Gefühl. Durchgehend Konterdrohne und... Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Nein, wir hatten den... Lass auf C, lass auf C. Alter! Hast du... Okay, nice. Ich gucke mal nach hinten. Absolute One-Shot, aber... Wir bleiben jetzt einfach zusammen hier. Oh, mein Wächter macht... Ich habe einen Wächter-Kill gemacht. Der wollte unbedingt B haben, ne? Wahrscheinlich. Oh, ich wurde... Ich wurde... Dings... Visiert. Anvisiert. Habe ich. Hast du den? Ja. Ich habe Sense. So, jetzt wird er aufgewandt. Oh, die sind bei C gespawnt. Sehr gut. Ich hole mir die bei C mit Sense. Bei C? Die sind auch bei A, ne? Ne, bei C waren zwei. Habe ich beide geholt. Okay, Wächter steht jetzt bei C. Bei A geht gerade zur Party. Ja, die müssten jetzt alle bei A weiterhin spawnen, aber es läuft gerade gut. Wo kommt der lang? Bestimmt hier außen. Ich bin wieder gestunt. Wir haben einen Geist, oder was? Wer hat einen Geist bei uns im Team gemacht? Ja, ich nicht. Ein Victus, oder wie der heißt. Ich habe auch wieder den Geist. Zweite Mal... Oh, nice. Geil. Oh, ich habe den so angehittet. Komm, stirb. Ich bin so knapp vor dem Geist, ne? Aber ich weiß gerade absolut nicht, wo ich hingucken kann. Komm auf A, Digga. Komm auf A. Das schaffst du, das schaffst du locker. Ich habe auch den Geist. Du darfst deinen aber einsetzen, Wind. Das ist aber nett von dir. Wenn der andere down ist, ja. Der andere ist sogar noch aktiv. Vielleicht geiern die den ja gleich. Oh, schön, Mann. Komm, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Richtig nice. Alter, ja. Puh. Absolut geschwitzt, ohne Ende dafür. Aber muss ja auch mal sein, ne? Ja, muss auch mal sein, das stimmt wohl. So. Haben wir überhaupt noch Gegner? Ich finde keinen. Ah, schade. War ein schönes Weak immerhin, aber da waren einfach zu viele. Oh, Hostile Lightning Strike. Kommt dann, wenn ich schon tot bin. Oh, das ist... Ja, klar. Wie soll es auch anders sein? Was ich nicht ganz verstehe an der ganzen Konfiguration ist gerade, aus der Hüfte ist die Waffe einfach behindert gerade. Ja. Die war immer so gut aus der Hüfte, die Waffe, ne? Aber ich schieße erst, wenn ich quasi tot bin. Ich laufe, fange an zu schießen, bringt nichts anscheinend. Er hat mich einfach runtergeworfen hier. Das ist so krass, Alter. Das ist echt, ich glaube, schon eine der schlechtesten Klassen, die man so bekommen hat. Ja, also Vespa-Varex-Visier ist echt schlecht. Und da ist noch einer. Keine Magazinerweiterung, wäre halt auch sehr geil gewesen. Ja. Magazinerweiterung ist schon echt eigentlich wichtig da drauf. Und dieses Varex-Visier ist einfach absolut grauenhaft, Mann. Absolut grauenhaft. Obwohl ich es jetzt hinbekommen habe, ja mit E rein und raus zu siemen. Raus zu siemen. Und ein Geist macht jetzt auch mal Killed, sehr nice. Ja. Die sind einfach AFK, die stehen hier einfach nur rum. Was? Die stehen einfach alle drei nur rum. Alle drei, was? Da standen drei Leute einfach nur rum, das musst du dir angucken. Ja, ich werde mir deine Folge so oder so angucken, keine Sorge. Nein, oh, wie kriegt der mich denn da noch? Ich hätte nochmal den Geist fast gekriegt. Durch dein Herz. Weil er an mich glaubt. Oh, das war jetzt... Bin ich nur ein Einhorn. Hast du den? Ja. Nice, Alter. Jetzt gerade macht es Spaß, mit der Vespa sogar zu spielen. Ja, dann bist du der Einzige. Die sind auf A, ich hole mir den jetzt noch. Nein! Schade. Aber läuft. Gut. Ein paar... Zwar ein paar mehr Tode als in der Runde auf Fringe, wo mein Sound rumgespackt hat, so, aber... Wie er seine eigenen Fehler nicht anerkennt, ne? Der Sound war... Ich weiß gar nicht, was los war. Die Elgato hat es gemacht. Ich bin nicht schuld. Alles klar. Ich bin nicht mal Zweiter. So, Gustav N. Cancakes als fucking op. Was? Als fucking op. Ich hab gedacht, er schallt OP. Als op. Als op. Als op. So, jetzt machen wir hier... Ich drücke jetzt mal die Eins. Mal gucken, was er diesmal macht. Oh, okay. Ich mach irgendwas. Like a sir. Oh, yeah! Ach ne, ist nicht like a sir. Keine Ahnung. Alles klar. Auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Und schaut auf jeden Fall bei Gustav vorbei. Bis zum nächsten Mal. Und tschau.